Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden wieder regelmäßige Horoskope hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Die Astralkonfiguration, die gerade Gestalt annimmt, hat das Potenzial, alte und vertraute Gefühle in dir wieder aufleben zu lassen. Vielleicht hast du in deinem Leben schon zahlreiche Tage wie diesen erlebt. Auch wenn du dir über deine Absichten im Klaren bist, solltest du dir darüber im Klaren sein, dass die Auswirkungen deiner Worte und Handlungen andere manchmal verwirrt oder sogar verängstigt machen können. Der Schlüssel liegt darin, deine eigene Intensität zu erkennen und sie auf eine gesunde und näherende Weise zu kanalisieren. Aktivitäten wie Fallschirmspringen oder andere risikofreudige Unternehmungen, die dir einen Adrenalinkick verschaffen, können ein Ventil für deine vibrierende Energie sein. Außerdem solltest du dich regelmäßig bewegen, denn das ist nicht nur gut für dein körperliches Wohlbefinden, sondern hilft dir auch, deine innere Intensität auszugleichen und zu regulieren. Der heutige Tag bietet dir eine günstige Gelegenheit, dich mit Forschungs- oder Ermittlungsaufgaben im Zusammenhang mit deinem Job zu beschäftigen. Wenn du gerade auf der Suche nach einer neuen Stelle bist, ist der heutige Tag sehr vielversprechend, um Online-Kleinanzeigen zu durchforsten und die Stellen zu finden, die deinen Wünschen und Fähigkeiten entsprechen. Nimm dir etwas Zeit, um die Stellenanzeigen gründlich zu durchforsten und dich auf die zu konzentrieren, die dich wirklich ansprechen. Diese konzentrierte Arbeit wird deine Aussichten verbessern und dich der Suche nach dem Job, der dich erfüllt, näher bringen. Du könntest feststellen, dass ein Gespräch, auf das du dich heute Abend gefreut hast, etwas flach verläuft, weil du nicht deine gewohnte Wärme und Begeisterung aufbringen kannst. Die vorherrschende Astralenergie deutet darauf hin, dass nicht nur deine eigene Stimmung ernster ist, sondern auch die deines Partners, egal ob er dein jetziger oder zukünftiger Partner ist, eine ähnliche emotionale Stimmung erlebt. Sobald ihr dieses gemeinsame Gefühl der Ernsthaftigkeit erkennt und anerkennt, könnt ihr beide die Gelegenheit für ein tieferes und sinnvolleres Gespräch nutzen. Trotz des anfänglichen Mangels an Überschwang hat dieses Gespräch das Potenzial, zutiefst befriedigend zu sein, da es in tiefere Angelegenheiten eindringt und die Verbindung zwischen euch stärkt. Erlaubt euch, die Tiefen eurer Gedanken und Gefühle zu erforschen, denn ihr wisst, dass solche Gespräche oft den Weg zu mehr Intimität und Verständnis ebnen. Lasst euch auf den Reichtum ein, der sich aus einer tieferen Gesprächsebene ergibt, auch wenn sie zunächst von euren Erwartungen abweicht. Indem du die zugrunde liegende Ernsthaftigkeit anerkennst und dich darauf einstellst, schaffst du Raum für Authentizität und Verwundbarkeit, die sich entfalten können. Vertraue auf die transformative Kraft eines aufrichtigen Dialogs und lass ihn als Katalysator für eine tiefere Verbindung mit deinem Partner dienen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teile dieses Video gerne mit deinen Freunden und deiner Familie. Hinterlasse auch gerne einen Kommentar. Bis bald!